Als erstes einmal kurze Durchsuchung, zwar gibt es in diesem Wagen Wasser, wer kein Wasser dabei hat, leider haben wir keine Becher, aber vielleicht können da ein paar aktive Demonstranten die irgendwie ran besorgen. Ansonsten bitte ich euch alle umzudrehen, da singt die Uta Köbernig und danach geht es weiter mit dem Rednerprogramm. Das Lied habe ich vor eineinhalb Jahren, also nicht ganz, als bei Blockupy in Frankfurt das Demonstrationsrecht ausgesprochen hat. Dieses Jahr wurde es scheinbar gewehrt, aber wisst ihr auch ungefähr, was passiert ist? Stellt euch nun mal vor, okay, die Vorstellung mag schwer fallen, immerhin leben wir so heiß in einem freien Land, aber trotzdem. Stellt euch nun mal vor, man hätte unsere Rechte längst verspielt, ganz ohne Gegenpfand. Stellt euch nun mal vor, ich weiß, absurd, uns Toten, Überwachung, Zensur und Außergewinn. Stellt euch nun mal vor, man hätte uns verboten, auf öffentlichen Plätzen beieinander zu stehen. Ich will hier nur ganz schnell mal unsere Vorstellungskraft proben, also stellt euch nun mal vor, der Regen käme von oben. Und stellt euch nun mal vor, man spreche durch den Mund und hört dann mit dem Ohr, stellt euch vor, die Erde wäre oben. Also stellt euch nun mal vor, okay, die Vorstellung mag schwer fallen, immerhin leben wir so heiß in einem freien Land, aber trotzdem. Stellt euch nun mal vor, man hätte unsere Rechte längst verspielt, ganz ohne Gegenpfand. Stellt euch nun mal vor, ich weiß, absurd, uns Toten, Überwachung und Zensur und Außergewinn. Stellt euch nun mal vor, man hätte uns verboten, auf öffentlichen Plätzen beieinander zu stehen. Stellt euch nun mal vor, man hätte uns verboten, auf öffentlichen Plätzen beieinander zu stehen. Ich bin auch in Frankfurt umgestiegen, da scheint auch eine Menge los zu sein. Heute dachte ich mal, komme ich nach Berlin. Ich sag mal wieder was, ich sag gern einfach mal sowas. Zum Beispiel, der Ernst der Lage ist der Stand der Dinge. Und wegschauen hilft leider nicht, da sieht es nämlich auch nicht besser aus. Als Kind stand ich oft am Straßenrand und zählte, was vorbeifog. Trabant, Trabant, mal ein Bar, dann Lada, aber viel mehr lag nicht drin. Anfang der 80er in Ostberlin. Heute sitze ich hier und trinke meinen Tee in diesem Superschick in Zürcher Straßencafé und ich notiere, was vorbeifährt. Tram, Bus, Tram, mein Hobby war und ist der Haus erraten. Daten, Daten, Daten sammeln, Daten, 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 Daten sammeln, Daten, Daten, Daten sammeln. Nach der Wende, ich war jung, fragte mich der BND, sie sammeln Daten. Ich so, ja, doch nur persönliche, also meine ganz persönliche. Ich sammeln nur für mich, okay, ein paar davon, die sind natürlich öffentlich, sind alle gemein, gut so zu sagen, sie wissen, wissen ist Macht. Sie wollen Macht, fragt der Beamte, doch ich sagte, gute Nacht, denn es war dunkel im Park. Und dieser Park und alles andere sind natürlich ausgedacht. Doch das darf jetzt gern als Info vergammeln, hier im Netz, jetzt dürfen die's verbraten, die meine Daten, Daten, Daten sammeln. Daten, Daten, Daten sammeln, Daten, Daten, Daten sammeln. Ein Flugzeug muss landen, man vermutet Edward Snowden an Bord, doch da ist er nicht. Wo ist er denn, na wo denn, Mensch, geht ihm doch Asyl, dann wisst ihr, wo er ist. Ah, so genau wolltet ihr's nicht wissen, na dann ist ja gut. Wen meine ich jetzt mit ihr? Ich weiß, da soll ich jetzt genau sein und nicht so oberüberaltig dreimal schlau sein. Als politischer Laie, man hört mich stammen. Mit ihr meine ich jene Demokraten, die unsere Daten, Daten, Daten sammeln. Daten, Daten, Daten sammeln. Daten, Daten, Daten sammeln. Das Netz vergisst nie, doch auch ich kann mir was merken. Und bestimmt es dann vergessen, das gehört zu meinen Stärken. Ich vergesse jetzt mal den Satz, dein Freund und Helfer, die Polizei, und merke mir nur, was sie getan hat bei Block Your Pie. Vergessen kannst du auch, vergessen kannst du auch das Programm der CDU, der FDP, ja auch der Grünen. Hä, da ist die FDP, hab ich vergessen. Dies gewimmelt vor den Wahlen und dann bammeln. Bei Parteien brauchst du nur ganz bestimmte Daten. Du musst die Taten, Taten, Taten sammeln. Taten, Taten, Taten sammeln. Taten, Taten, Taten sammeln. Taten, 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 Taten Ach was soll's, es ist mitten in der Nacht, obwohl irgendwer auf meine Träume überwacht und ob sich das wohl lohnt und wenn ja für welches Land, durch Fenster schaut er wohnen und ich denk, Trabant. Vielen Dank. Eins häng ich noch an, das ist kurz, wo wir schon da sind. Bus, ich muss notieren, Bus, Bus, Auto und Erke. Auf zu den Plätzen, auf die Plätze, fertig, los und besetzen, hallo ihr da oben, wir sind's bloß. Auf zu den Plätzen, auf die Plätze, fertig, los und besetzen, hallo ihr da oben, wir sind's bloß. Hier sind's bloß, macht euch keine Sorgen, wir haben ja keine Ahnung und keine Ziele, haben keine Konzepte, denken nicht an morgen und wir können auch nicht rechnen, wir sind halt nur viele. Auf zu den Plätzen, auf die Plätze, fertig, los und besetzen, hallo ihr da oben, wir sind's bloß. Auf zu den Plätzen, auf die Plätzen, fertig, los und besetzen, hallo ihr da oben, wir sind's bloß. Wir sind's bloß, macht euch keine Sorgen, wir haben ja keine Ahnung und keine Ziele, haben keine Konzepte, denken nicht an morgen und wir können auch nicht rechnen, wir sind halt nur viele. Dankeschön.